die und von League of Legends also ich fange noch mal an ja mit Stellung und Atri äh es geht wohl jetzt drauf ja er wollte doch doch dass du Gott gehst ja wollte ja eigentlich das hier ist auf jeden Fall ein sehr guter Anfang der Warnung für mich nicht ganz einig wer wohin geht nein das ist mir ganz dumm was er geschrieben du bist so fort ich kann aber nicht fortgehen weil da schon so ein AP-Typ rumläuft und das ist auch egal ist seine Schuld ich bin auch AP also klar AP bitte ist das auch doof nein ich wollte sonst auch gehen ich bin übrigens weiß ich will elektron Krokodil und der FK noch mehr geht dann haben wir da oben noch zuvor ach so wie ein Verlager Prozent auch den Wohr wird hier aber immer wenn man sich mal wie die Schreibern ist er gemeint und haben wir noch einmal auch kein ja der Typ übelst schlechtes und 2 AP ich habe alle Angriffen wenn ich gehe nur Stoff an Stoff genau 2 AP-Bot ist das dümmst was wir machen können haben wir schon immer schön gemuscht aber bis auf wer ist denn überhaupt bot ja Maukei und Karma nein von den Gegnern meint wahrscheinlich erst und Timo ich 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 das ist spanisch oder keine Ahnung so ein egal sein deutsch oder englisch sprechen ja das ist alternärer wie schon ausrasten könnte nur weil sie ich bin so was von egal also alles ist es eine hässliche Sprache er soll sich nicht mehr das hast du gesagt ich habe nichts gesagt ähm ähm nein ich bin schon so sauer jetzt ne ja der beste Anfang nur weil er wollte er so mies schlechte nicht ich warum sollte ich jetzt na die Lenz und so gut aufgeteilt jetzt geht er oder vertreten und so gut aufgeteilt genau wo er im Hochfeld wird er besser als Prozent die ich mit dem Auker Bord das ist trotzdem so gut klar klar hat er nach dem Zusammenhang können er mit uns besser als so aber es trotzdem gut es geht voll weil Prozent Prozent und die Schaden macht egal und schneller an mit seiner Ultimale so und und er wegen Blutsch auf Schraubster hat ich ich auch hatte der Gericht ich habe ihn doch fast und jetzt ist gut erinnert kriegte ich mich über Kleinigkeiten auf so was wie es überhaupt kein Sinn hat der Kleinigkeit abgemacht der Raum das ist auch super z z also eigentlich wollten wir ein Dominion machen aber das ist nicht gestattet gewesen nicht wir dürfen eher bekanntlich gar nichts dort dort Wortmacher es ließ sozial wenn da erst mal vom Tor gerettet so okay ich bin zufrieden gerade das aber auch Schaden hinkriegt weil ihr zwei hat die Topseiten zwei AP-Bot die einfach im Early-M keinen Schaden machen das ist auch auf der Kopf von das ist bei der in Ersch ja es ist ja vieles gehen hat sie zu spielen mit Prozent es hat zwei AP-mäßig nein ich bin ganz einfach erzählen dass die erste ab hier spielt ein paar Prozent der Warwick ist eigentlich gar nicht mal so schlecht ich meine erreicht damit die Gegner an den Tauern weil er mal ohne leichtes und da kann ich zu töten das ist ja irgendwie auch Teamwerk immer aufgelegt was ist los und glaubt er ist aus dem Gespräch raus ja los los gehen wir Alter ist er gerade wirklich Great Squares ist ne glaube ich nicht ja und so läuft normalerweise das Leben eines Neulspielers ab voller Rage Crits das ist wirklich so das ist eigentlich schon ganz der der die 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 bei mal die immer ich finde ich so sie muss bei bis ab hierbei Prozent weiß es wichtig weil weiß mit Maximum Mahner Schaden macht also mehr maximalen Mahner hat es mit der Mischung zweist das nicht Schütter Erklärung und da ist er wieder im Gespräch nicht nachher das ist so gut der Welt ich werde was die Erschätzung er hat sie an die Kinder war das ist es ist gerade bei euch ich habe ein Bild und wie behindert war das was war denn los Prozent im Moment der Weg aber ich konnte trotzdem noch was ich bin ich nicht gestorben und das ist nicht erst zurück das Versuch von Akkord scheiße und mit meinem Handy hat natürlich noch Prozent völlig an und so das war klar was hast du jetzt gemacht Mike ja ich wollte sie kühlen sie hatte gleich noch keine Ahnung sie nehmen und bringen er hat sie da haben die Läge und erweitert sind auch die Scheiße hier woher sie alle wieder nachher sehen ja die Trenz Scheiße die Erste er ist so da ist das ganz Spaß übrigens mit Glück es war die dem Artikel 5 und so gehen mal nach dem Spiel Frau Teil okay Prozent ich habe es gesagt muss gewünscht wird ja das wird sowieso noch passieren dass sie weitergeben jetzt mache ich sogar so viel Schaden wie im Aukai also gar kein aber doch so viel ein okay es gibt somit so viel vorgleich noch hier stehen auch nicht die her der gleichzeit holl knapp die Garten nicht nur noch zu leben die Gäste was mit jetzt ne ich kenne sich erst nicht es hat so kameras bei dir ich muss erst mal von tor weg ja ich fiel und verbraucht ich habe sechs Kölzen auf Top-League und sie erweitert sind die auf der Bordtlenkurs ich will immer wieder zu meinem Wort nicht der Stiftungskraft das Zahnradius wird Klaus für mich verschwäßt und ist wieder gespart oder was er scheint hat leichtes Problem zu haben das Spiel wir machen das und es ist es die das ist für den Anruf aus Ultima das war gibt Flächen Schaden und Zauberbomper bei der nächsten Fähigkeit bei uns ist es nicht erstes also wenn wir kommen keine Ahnung pass auf was du machst die Ashes 2 Level über dir ja ich hab auch mega Schüsse hinzugeben egal fuck die macht mich what the fuck ja alter die Ashes ist mega OP okay ich fehle gerade ich hab das Gefühl dass der Garen ein bisschen trottet die Erste nicht los los gehen wir ich bin voll schlecht und scheiß ich traue mich auf was ist das wohl zu langweilig schneller reiß er ist wieder da die macht mich schon wieder dabei was du dann nichts und dann ist das Problem alter die Aufnahmen ist das so ein Verscheißen ach du bist drauf oder du hältst dich dabei hoch das geht hochheilen das kann ich natürlich nicht ich glaube nicht dass der tollen der elektrische nur um rumradchen nur so auch nur da steht in der besten gar nichts ich verstehe das nicht das Haus gehen wir die Rennrobenbild steigt ein Report für ihn nix bringen leider mit einem Report kann man nicht Prozent man muss nämlich öfter reportet werden und gebannt wird einmal ist das selten bis selten irgendwie und märk sie in die Spielsitzung der E-Wall-Sinnig im Spiel die Schmerzen bestellte steht auch nicht bestellten die sie es kommt sie es kommt jetzt kommt erst mal in was auch 90 0 Prozent 0 3 ich mich das ist auch schon okay der toll dieser Stichweser um eine schnelle Kreis Frau Kai und uns alle an der Witz bei der Sache ist er toll aber wir sind gerade trotzdem irgendwie am gewinnen mehr geschäft er ich schaffte zwei mittlerweile um alleine so wenig auf zu Fuß wieder hergerannt so es hat keinen Sinn mehr dass ich mit Marc weiter wie es schlecht laut werden als erländen ich ihn wenn ich überhaupt nicht kennen wir den Ecken schütteln schütteln als war das kann man das vorstellen wie du dich gerade fühlst ganz ehrlich so ein verhinderten jungen und nie gesehen man weiß es nicht Behinderung keine Leidigkeit noch gewartet zu Prozent und in den Mann die Schäden das kann sein er hat er hat er hat er das ist die Welt so schön hatte okay ich bin so ein bisschen zu angreifen wenn ich es in den Chat schreiben würde ich stelle nicht weiter als das machen kann ja mann ich kaufe mir jetzt mal Schuhe also auch weiter so geht das nicht ich will jetzt so rennen, macht sie ist grad irgendwer von ihnen gestorben oder ist Lowlife nicht gewesen? ne mit's war auch gar keiner ja der macht nicht so komisch, mit Lowlife nur gut, Hardfly komisch, dass es keiner merkt ja hier troll nur rum hm? bitte da bleiben Adrigo